Was passiert eigentlich, wenn wir hier in Deutschland so ein großes Ereignis haben, dass irgendwann unsere eigenen Einsatzkräfte nicht mehr ausreichen oder Spezialkräfte erforderlich sind? Sowas kommt ja eigentlich gar nicht vor, oder? Naja, langanhaltende Waldbrände oder auch die Flutkatastrophe im Ahrtal haben doch gezeigt, dass es Katastrophen gibt, die auch ein gut ausgestattetes Land wie Deutschland an seine Grenzen bringen kann. Wir schauen uns heute mal an, wie es mit europäischer Hilfe aussieht, welche Kräfte wie angefordert werden können und auch welche Rolle die deutsche Feuerwehr spielt, wenn es zu größeren Einsätzen in anderen Ländern kommt. Wenn du übrigens selbst Führungskraft bei Feuerwehr, THW oder Rettungsdienst bist, dann empfehle ich dir einen Blick in meinen neuen Online-Shop unter shop.feuerwehrleben.de. Dort habe ich beispielsweise eine widerstandsfähige Schreibmappe für den Einsatzleiter, wasserfestes Papier, was dir bei strömenden Regen nicht auseinanderfällt und einen Kugelschreiber, der bei jeder Wetterlage funktioniert. Das sind alles Produkte, von denen ich selbst überzeugt bin und seit vielen Jahren als Einsatzleiter bei der Feuerwehr verwende. Den Link zum Shop findest du übrigens auch unten in der Videobeschreibung. Ihr kennt es ja aus den Nachrichten. Jedes Jahr kommt es auf der ganzen Welt zu Katastrophen, die von einem Land nicht mehr allein bewältigt werden können. Und allein dieses Jahr kamen in Pakistan bei Überschwemmungen 1700 Menschen ums Leben und auch in Europa war der heißeste Sommer seit der Wetteraufzeichnung mit zahlreichen Waldbränden. Blöd wäre es jetzt, wenn man Hilfe benötigt und bei allen 195 Ländern einzeln anfragen müsste, ob sie unterstützen können. Innerhalb der EU und auch bei weiteren Partnerländern gibt es deshalb das europäische Zivilschutzverfahren. Da es ja hier um internationale Hilfe geht, sind Begriffe alle auf Englisch und das nennt sich dann EU-CPM, was ausgesprochen European Union Civil Protection Mechanism bedeutet. Hinter diesen Namen verbirgt sich einmal die Koordination und die Organisation von Hilfe. Das könnt ihr so ein bisschen vergleichen wie eine Leitstelle. Daneben gibt es aber auch Einheiten und Material, die durch das europäische Zivilschutzverfahren bereitgestellt werden. Das betrifft übrigens nicht nur die Hilfe innerhalb Europas, sondern wenn weltweit Zivilschutzhilfe der EU erforderlich ist. Ach ja, und neben dieser koordinierenden Rolle geht es natürlich auch um Kohle. Katastrophenschutzeinheiten und auch Einsätze werden durch den EU-CPM gefördert. Okay, aber was muss ich denn jetzt als Land machen, wenn ich Hilfe benötige? Ähnlich wie bei der Notrufnummer 112 und einer Leitstelle, die rund um die Uhr besetzt ist, gibt es innerhalb Europas ein zentrales Koordinierungscenter in Brüssel, das auch 24-7 erreichbar ist. Das trägt den Namen ERCC und bedeutet Emergency Response Coordination Center. Falls ein Antrag auf Hilfe eingeht, wird er dort bearbeitet und dann immer weiter nach unten durchgereicht. Als nächstes geht das Hilfeersuchen dann an die Koordinierungszentren der nationalen Mitgliedsländer. In Deutschland übernimmt diese Rolle das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern, kurz GMLZ. Das hat seinen Sitz in Bonn auf dem Gelände des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK. Ja, und wenn dort das Hilfeersuchen dann eingeht, könnt ihr euch vorstellen, wie es weitergeht. Es geht auf die nächste Ebene nach unten. Denn in den Bundesländern gibt es wiederum eigene Koordinierungszentren, die dann letztendlich das Hilfeersuchen bearbeiten und schauen, welche Einheiten oder welches Material entsendet werden kann. Das können dann zum Beispiel Zelte, Stromaggregate oder auch Schläuche sein oder auch spezielle Einheiten zur Waldbratbekämpfung. Die schauen wir uns aber später nochmal im Detail an. Wenn die Bundesländer geklärt haben, was sie leisten können, geht die ganze Meldekette wieder nach oben, bis es dann zusammengefasst beim ERCC ankommt. Und von dort bekommt dann das anfordernde Land die Informationen, was in dem Hilfersuchen durch den EU-CPM erfüllt werden kann und was nicht. Wenn das Land, das dann Hilfe benötigt, dieses Angebot annimmt, werden dann die Einheiten oder das Material auf die Reise geschickt. Okay, und wie oft kommt sowas jetzt pro Jahr vor? So wenig ist das leider gar nicht. 2021 wurde 114 Mal der EU-CPM aktiviert. Und die Gründe waren hierbei vielfältig. Es ging um Unterstützung bei der Covid-19-Pandemie, ein Hochwasser in Belgien, Waldbrände im Mittelmeerraum oder auch das Erdbeben und der Hurricane in Haiti. Das ERCC koordiniert aber nicht nur internationale Hilfersuchen, sondern informiert auch über die aktuellen Ereignisse auf dieser Welt. Und das könnt ihr euch sogar selbst anschauen. Dazu geht man einfach auf die Website des ERCC. Das ist aber leider nicht so ganz einfach, weil diese Internetadresse echt umständlich ist. Wenn euch diese Internetadresse hier zu kompliziert ist, dann geht bei Google einfach ERCC ein. Und vielleicht überlegt sich ja die EU, sich mal eine etwas attraktivere Internetadresse für ihr Koordinierungscenter zuzulegen. Wenn ihr auf der Webseite seid, gibt es auf der Startseite eine Übersicht der weltweiten Ereignisse. Das Ganze wird EcoFlash genannt und das Eco steht für Europeans Will Protection and Humanitarian Aid. Rechts könnt ihr dann auf Maps klicken und erhaltet detaillierte Lagekarten von verschiedenen Ereignissen und Informationen. So findest du dort eine Übersicht von Generatoren und Transformatoren, die für die Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Oder es wird über die Flut in der Republik Kongo informiert, zu der ein Umweltspezialist der EU entsendet ist. Wenn du dann rechts auf Satellite Maps klickst, gelangt ihr zu öffentlichen Satellitenbildern von Ereignissen. Und dort gibt es zum Beispiel Satellitenbilder von Erdbeben in Indonesien, das zerstörte Gebäude auf Satellitenbildern markiert. Das ist jetzt für deutsche Feuerwehr natürlich nur bedingt interessant. Aber man bekommt ein gutes Gefühl, was alles möglich ist und kann als Institution auch selbst Lageerkundungen über Satellitenbilder anfordern. Jetzt wissen wir ja schon mal, wie die Hilfe organisiert wird und wie die Lagedarstellung läuft. Aber welche Einheiten kommen denn jetzt, wenn ich Unterstützung benötige? Neben allgemeinen Anforderungen gibt es auch standardisierte Katastrophenschutzeinheiten in der EU, die schnell einsatzfähig sind. Sie werden als Zivilschutzpool oder englisch European Civil Protection Pool bezeichnet. Insgesamt stehen hier 119 Einheiten in 25 Ländern zur Verfügung. Diese Einheiten dienen aber in erster Linie den Ländern und können nur zusätzlich über das EU-CPM zum Einsatz kommen. Hier auf dieser Karte könnt ihr sehen, welche Nationen welche Einheiten zur Verfügung stellen. Die Karte gibt es übrigens auch im Kartenbereich des ERCC, den ich euch gerade vorgestellt habe. Ihr seht, da gibt es ein breites Spektrum an Einheiten und Material und deshalb schauen wir uns mal an, was Deutschland so im Angebot hat. Bei uns stehen insgesamt 10 Module für internationale Einsätze bereit. Das beinhaltet eine Trinkwasseraufbereitung, dreimal Hochkapazitätspumpenmodule zur Wasserförderung, ein mobiles Labor, eine Einheit zur Suche nach Verschütteten, ein technisches Assistenzteam für Erkundungs- und Koordinierungsteams, CBRM-Probenamen, Auf- und Abbau von Camps und eine Einheit zur bodengebundenen Waldbrandbekämpfung mit Fahrzeugen, was als Ground Forest Firefighting with Vehicles, kurz GFFF-V, bezeichnet wird. Bisher wurden diese Module von THW und der Analytischen Taskforce betrieben. Das Waldbrandmodul GFFF-V ist noch recht neu und gibt es beispielsweise in Nordrhein-Westfalen und Hessen. Es beinhaltet geländegängige Tanklöschfahrzeuge und auch deutsche Feuerwehrkräfte, die speziell für die Waldbrandbekämpfung und das autarke Arbeiten ausgebildet sind. Und diese Waldbrandanheit war schon in Griechenland und Frankreich im Einsatz. Man kann da aber jetzt als Feuerwehr nicht so einfach mitmachen, sondern muss sich als Civil Protection Modul bewerben. Und dafür ist ein Zertifizierungsprozess notwendig, bei dem auch Planspiele und Übungen notwendig sind. Und wenn man die Bewerbung erfolgreich absolviert hat, ist alle fünf Jahre eine Rezertifizierung notwendig. Neben diesen Modulen wurde 2019 der europäische Zivilschutzmechanismus um RESC-EU erweitert. Hierbei werden nun einmalig von der EU eigene Katastrophenschutzeinheiten oder Material aufgestellt und finanziert. Bisher war es ja so, dass Hilfeersuchen immer aus den Beständen der Mitgliedsländer bedient werden musste. Und wenn nun viele Länder selbst betroffen waren, kam es zu Engpässen bei der Bereitstellung von Einheiten und Material. Und die Idee der EU ist nun, dass durch den direkten Zugriff auf eigenes Material und eigene Einheiten schnellere Hilfe möglich ist, auch wenn die Mitgliedstaaten selbst diese Hilfe nicht leisten können. Und um was geht es da jetzt alles? Konkret geht es hier um Löschflugzeuge und Hubschrauber, medizinische Transportflugzeuge, Medikamentenvorräte und medizinische Ausrüstung sowie ein Feldkrankenhaus. Und zukünftig soll RESC-EU dann noch um den CBN-Bereich erweitert werden. Ihr seht also, der europäische Zivilschutzmechanismus entwickelt sich weiter und zukünftig wird es weitere Einheiten, Fahrzeuge und Geräte geben, die man bei großen Katastrophen anfordern kann. Über diesen Weg ist und wird es dann auch möglich sein, dass die deutschen Feuerwehren sich strukturiert an internationalen Hilfseinsätzen beteiligen können. Falls du mehr über den Katastrophenschutz in Deutschland erfahren möchtest, dann klicke auf das Video hier oben. Wenn du wissen möchtest, wer bei der Feuerwehr der Einsatzleiter ist, dann klicke auf das Video hier unten. Und wenn du meinen Kanal abonnieren möchtest, dann klicke auf das Feuerwehrleben-Logo hier vor mir.